ja einer ist weg hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play zu escape from takov ja ich spiele heute nicht alleine sondern jemand hat sich freiwillig gemeldet um mich zu unterstützen und zwar ist das der miro hier an der stelle vielen dank mir dass du mitspielst und herzlich willkommen und ich wünsche euch viel spaß mit dem gameplay läufst du schon okay ich laufe jetzt rein bei dir warte moment moment scheiße wo ist denn der warte jetzt moment habe ich mich jetzt verlaufen ach so ich bin vorbeigelaufen moment so gleich da so jetzt komme ich sein ach so du bist jetzt auf diesem gitter boden ja ich verstehe hinten links im eck moment moment ich glaube ich weiß wo du bist glaube ich bleib mal stehen ja ich sehe dich ganz hinten links im eck links von dir jetzt hinten im eck bin ich jetzt links hinten im eck ach so ja jetzt sehe ich es jetzt haben wir es ja ich finde es ähm ich würde es geil finden wenn man sich irgendwie so erkennungsmarken oder irgendwas ja irgendwie was ich weiß nicht ecke zum beispiel könnte man machen hier kurze knappe sachen mhm mhm ecke okay gut also wir können hier also hier ist ein sehr guter spawn finde ich ab und zu mal wenn du einfach wartest entweder lootet einer oben eine kiste unten den kannst von dem eck hier erwischen mhm und du kannst du könntest hier die bots die da rechts da unten bei dem strahlstapler hingehen da kommen die mal raus im prinzip ja genau da kommen sie hoch immer ah ok ok gut oh ich höre einen rechts ich habe einen rechts gehört äh tu mal äh äh leise gehen ok ich glaube da sind bots also ich sehe noch keinen links unter uns läuft einer da über uns mhm oh oh schalldämpfer ja der ist links hinten oben irgendwo hinten ok und aus dem container würde ich auch rausgehen auch wenn du leise läufst hört man die container arschlaut ja alles was mit stahl wo du auf stahl läufst richtig laut äh irgendeine tür öffnet sich oder eine kiste hat sich geöffnet oh oh ah das könnte in dem gang unten sein mhm die kisten wo du oben siehst auf dem stahlgitter da oben können wir sagen die zwei kisten beim stahlgitter die anderen zwei hinten im ausgang oh das war ziemlich in der nähe ne ja das ist da unten in der etage gewesen läufst du gerade in die nähe oder mhm doch links neben dir äh so eine ist auf jeden fall gefährlich der ist mit schalldämpfer unterwegs wahrscheinlich eine ak 74 hier rechts steps ok ja links links neben der äh neben dem container habne habne ok war wohl ein ja ja ein bier ein spieler jo puh man hat den gar nicht gehört ja doch ich ich hab die steps gehört mein gott wo bist du ich lauf mal zu den einen kisten da hoch zu der einen die hier vorne ist bei dem gabelschrappler bei dem einen ja ja ich lute schon mal den einen typen aber der hat nichts der hatte nur eine axt ja ja nichts besonderes bei dem treppenaufgang wo es runter geht zu die silos da liegt einer ok moment ich komme mal zu dir läufst du gerade ja achtung ich weiß nicht ob der bot ist so ich komme jetzt hoch so jetzt bin ich bei dir hinter dir die kiste hast du jetzt nachgeguckt ne ne achso die mache ich jetzt wenn dann ganz am schluss weil die ist bisschen creepy ich geh mal runter ok in den kleinen raum da bin ich auch immer sehr gerne drin ja hier habe ich letztens hast ja beim video gesehen habe ich konnte ich gut abräumen hier so hier warte ich dann ab und zu mal auf bots und dann mhm ich mach mal die kiste kurz auf ja 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 vielleicht ist hier was schönes ich schau auf den eingang ich weiß nicht ich hab's gestern mal wieder gespielt mhm auch ein bisschen seit längerem ja ja und dann auf einmal die ganze zeit aus dem spiel raus gelogen oh ich weiß auch nicht immer die ganze zeit server connection lost ja das ist aber die ganze zeit wirklich ne das ist echt doof ne das ist echt doof also wenn dann würde ich immer in das Eck hier reingehen und nicht da so weit vorne ne weil wenn du ja jetzt kommt dann die nächste welle gleich mhm von spielern als bots ja yes ich höre was er kommt gleich hier unten aus dem tunnel raus ok ja er kommt ja das ist ein spieler ok er geht über uns oder der ist hinten auf der auf dem metall liegen drüben ja der ist glaube ich rüber gelaufen mhm mhm treffer mhm mhm achtung achtung steppen wir nicht so dreh dich nicht zu weit immer ganz leicht mhm warte mal ich geh mal hoch ein stück hin mhm links kommt einer von bord ich habe einen in den mittelfuhren bei dem metall ding an bei den zwei kisten am metall mhm mhm ich weiß nicht ob das hier ist warst du das gerade? ne 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 genau über dir ist einer genau über dir ist einer mit einer kalaschnikkoff oder so mit einer AKM mhm 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 der hat mich mhm 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 Also da, wo diese... Die Lust sind? Ja, genau. Okay. Wo treffen wir uns? Hier läuft einer. Ich bin wieder in dem Eck, wo ich vorhin war. Okay. Also du... Wir können uns auch von woanders hin... Treffen? Ich höre hier die ganze Zeit... ...und... ...und... ...glaub ich noch rum. Ich bin irgendwo unten bei den Silos, da unten. Du bist unten? Ne, ich bin in dem einen Eck, wo ich vorhin war. Achso, okay. Wir überlegen nicht. Was denn jetzt? Ich höre Fliesen, also muss einer in der Mitte sein. Ich höre Fliesen, also muss einer in der Mitte sein. Komm mal, Achtung, Achtung. Da ist ein Brot oder so. Da neben einem Gabelstabler, wo ich gemeint habe, wo wie von unten in dem... Hast du das? Oh, ne. Ich höre jetzt eine Tür auf. Ja. Also ich bin da, wo die zwei verschlossenen Türen sind. Ja, 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 ja. Du musst aufstehen, dass unter dir einer ist, weil da war... Ist gerade die Fliesen gehört. Läufst du gerade? Ja, jetzt steh' ich. Oh ja. Gegenüber ist einer, läuft einer rum. Gegenüber von dir, oben auf den... ...Stegen. Mhm. Könnt sein, dass er jetzt tot ist oder nicht. Oh ja, ich seh' den mal weiterlaufen. Äh, oben, wo, 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 wo wir vorne erschossen wurden, da sind welche oben, auf jeden Fall. Okay. Du bist immer noch da... In dem Eck. In dem Eck. Ja, ja, ja. Ich muss mir überlegen, ob ich vielleicht hochklettern soll. Ich weiß nicht, ob hier unten geschossen wurde bei mir, bei den... ...unter den Zweikisten, wo ich gesagt hab, beim Gitter. Lauf jetzt... ...muss auf diese... Ja, ah, ah. ...Kal... ...weile da oben. Aha. Schau mal auf, der könnte immer noch da sein, da oben, wo wir vorhin gestorben sind. Bin jetzt nicht bei dieser Durch... Ja, 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 ja. Manchmal rüttelt das so hier. Da schreckt man sich erstmal. Du weißt nicht mehr, wo du eigentlich... Wo? Wow! Schüsse auf dich, oder was? Ja, ich wurde getroffen. Aber ich weiss nicht von... Kann sein, dass der oben drin ist. Das hat sich so angehört. Entweder unten drin, bei den Silos, oder oben drin. Da kamen die Schüsse auf jeden Fall her. Also bei dem Bürokomplex, sag mal so. Ja, ja, ja. Ich versuch mich... ...bewusst und... Also wenn du oben... Wenn du oben in dem Flur bist, ist oben, äh, Büro... Und unten ist dann Bart, sag mal woher, okay? Mhm. Ja, eins erfinde. Oh, ich bin nicht gehypt. Nimm mal weglaufen, tappen und an sofort. Ja, einer ist weg. Das Kev, der war richtig gut ausgerüstet. Im Prinzip da unten in der Mitte. Warte mal kurz, da ist noch irgendeiner. Ich höre noch einen. Warten wir jetzt mal zu die zwei Kisten, okay? Ich bin jetzt bei den zwei Kisten oben drin. Ich habe gerade... Haupteinen. Okay. Also du warst das der mit dem Schalldämpfer, ne? Ja. Dann... Ich laufe jetzt, ähm... Also von dir aus... Auf die rechte Seite, da. Ja, oben, oben meinst du wieder? Genau, oben. Von den Schienen, okay, ja. Genau, in die Ecke da oben rechts von dir aus. Ja, ja, ja. So. Jetzt siehst du mich vielleicht. Warte mal. Hier ist einer bei mir irgendwo. Okay. Auf meine Seite, jenseits. Warte mal von... Bist du oben? Wie oben? Du bist nicht oben in dem Bürokomplex, oder? Nee, ich geh jetzt hoch. Weil da oben war einer gerade. Aus diesem... Äh, das ist so, 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 so. Doch. Das. Also im Prinzip oben... Komm mal, ich stehe leise. Ja, der ist hier oben bei mir. Ja, mittig oben ungefähr. Ja. Abne. Okay. War das ein Spieler? Nee, bot. Ich laufe jetzt mal ein bisschen schneller. Läuft die Treppen? Ja, ich laufe hier die Stahlgerüste. Jetzt bin ich da, wo die zwei Kissen sind. Läuft es jetzt hoch in Gang? Nein, noch nicht. Ich stehe jetzt. Ja, okay. Dann bin ich über dir. Okay, ich komme jetzt hoch. Vorsicht. Ja, ja. Guck jetzt. Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob hier einer drin ist. Nee, hier, nimm die Knöpfe von dem Typen. AK-77. Geh mal hier rein, weil es kann sein, dass hier einer drin ist. Nee, ist leer. Okay, gut. Wir können ja gleich die eine Stahltür auch noch machen. Achtung. Schaust du noch hinten, wo du hergekommen bist? Das ist sicher in die andere Richtung. Der ist auf deiner Seite. Scav. Unten ist auch einer, rechts unten. Abnehm. Guck auf meine Seite, unten. Nee, nee. Komm. Läufst du hier oben? Ja. Okay, ich bin. Weißt du, dass du mit Steuerung schneller aufheben kannst, ja? Ja. Dann packt er das direkt in die... ...irgendwohin in die Brasche. Mach dann die Stahltür auf. Ja, kannst du machen. Scheiße. Fuck. Bist du getroffen? Ja, ich hab die Tür aufgemacht und dann war ich weg. Mann, da war einer mit Pistole. Also aus meiner Seite. Von meiner Seite aus. Ach, Mist. Wie auf deiner Seite? Also da, ähm... ...im Prinzip da, wo ich hergekommen bin. Ach so, okay. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert diesen Kanal und verpasst keine Folge mehr. Und hier nochmal ein großer Dank an den Miro. Es werden auf jeden Fall noch weitere Folgen kommen mit Miro. Da haben wir auf jeden Fall was in Planung. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Gameplay. Ciao. Ciao.